In den kalten Wintermonaten wird die Fußbodenheizung für viele Menschen zur bevorzugten Wärmequelle. Als innovative Heizmethode hat die Grafen-Fußbodenheizung mit ihren herausragenden Leistungen und zahlreichen Vorteilen allmählich die Zustimmung der Menschen gewonnen. Zunächst einmal zeigt die Grafen-Fußbodenheizung eine herausragende Energieeinsparung. Ihre Umwandlungseffizienz liegt bei über 99%, wodurch nahezu alle elektrischen Energie in Wärme umgewandelt wird, ohne Energieverschwendung zu verursachen. Darüber hinaus kann sie die Temperatur in den verschiedenen Raumzonen intelligent steuern, um eine präzise Raumtemperatur zu gewährleisten. Auf diese Weise können sie in verschiedenen Bereichen ihres Hauses eine angenehme Wärme genießen, ohne dabei Energie zu verschwenden. 2. Zeigt die Grafen-Fußbodenheizung hervorragende Sicherheit Dank der hohen Temperaturbeständigkeit des Grafenmaterials bleiben die Heizleitungen auch bei hohen Temperaturen stabil und es treten keine Sicherheitsrisiken wie Kurzschlüsse oder Überhitzung auf. Gleichzeitig verfügt die Grafen-Fußbodenheizung über eine ausgezeichnete Brandschutz- und Wasserdichtigkeit, wodurch potenzielle Probleme wie Brand- oder Wasseraustritt, die bei herkömmlichen Heizmethoden auftreten können, effektiv vermieden werden. 3. Bietet die Grafen-Fußbodenheizung auch beim Einbau erhebliche Vorteile Die Installationsverfahren sind einfach und bequem, ohne dass komplizierte Rohrverlegungen erforderlich sind, wie es bei herkömmlichen Heizkörpern der Fall ist. Es ist erwähnenswert, dass die Grafen-Heizleitungen äußerst langlebig sind und eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren haben. Im Vergleich dazu erfordern herkömmliche Heizkörper und Fußbodenheizungen regelmäßige Wartung und Austausch, während die Grafen-Fußbodenheizung nahezu keine zusätzlichen Wartungskosten verursacht und somit Arbeitsaufwand und Kosten spart. Abschließend eliminiert die Grafen-Fußbodenheizung verschiedene Nachteile herkömmlicher Heizmethoden effektiv. Herkömmliche Heizmethoden wie Gasheizung oder elektrische Heizungen führen oft zu Energieverschwendung, trockener Luft und ungleichmäßiger Temperaturverteilung. Die Grafen-Fußbodenheizung löst diese Probleme mit ihrer effizienten Heizmethode und bietet den Benutzern eine komfortablere und umweltfreundlichere Heizungserfahrung. Die Grafen-Fußbodenheizung